Spike Holland war sehr mit dem Vorschlag seines Redakteurs einverstanden, zu John Wood nach Vendine zu fahren und ihn zu überreden, eine Artikelserie über Kinderfürsorge zu schreiben. Spike hatte den lebhaften Wunsch, den Mann wiederzusehen, der so außerhalb der Welt und ihrem ewigen Kampf ums Dasein stand. Er verließ London mit dem ersten Zug nach dem Festland und brachte fünf ungemütliche Stunden auf der kalten und unruhigen See zu. Er war eigentlich nicht deshalb gereist, um die Artikelserie für die Zeitung zu sichern, denn Wood hatte ihm seine Zustimmung darüber schon früher ausgedrückt. Der eigentliche Grund war die Hoffnung, noch einiges über Abel Bellamy zu erfahren. Es war merkwürdig, dass man so wenig Nachrichten über den alten Mann bekommen konnte. Spike hatte den Eindruck, dass dieser Menschenfreund ihm sehr viel hätte mitteilen können. Die Schroffheit, mit der Wood damals so plötzlich das Gesprächsthema änderte, als er Bellamy's Namen erwähnte, gab ihm diese Gewissheit. Spike war froh, als er in East End wieder festen Boden unter den Füßen fühlte. Er musste eine halbe Stunde auf dem Bahnhofsplatz warten, bis die Bahn kam, die den Dünen entlang nach der holländischen Grenze fuhr. Und er fühlte sich glücklich, als er in einem Abteil erster Klasse saß. Es regnete ziemlich heftig und ein rauer Wind fegte über den verlassenen Platz. Spike war häufig in Belgien gewesen und kannte diesen traurigen Weg gut genug, der durch die Dünen führte. Das Dörfchen Le Coq war ein öder Platz, aber Wendine hatte das Aussehen einer Stadt, eines Seebades, das hauptsächlich im Sommer besucht wird. Es lag jetzt verlassen da. Nur ein fröstelnder Polizist stand in dem gedeckten Warteraum der Bahn und sah ihm neugierig zu, als er sich gegen den starken Nordwestwind mit Mühe zu der steilen Böschung emporarbeitete, die zu der Strandpromenade führte. Der Strand war verlassen und die Fassaden der schönen Villen waren mit Brettern verschlagen. Große Sandhaufen lagen über der vernachlässigten Strandpromenade. Es war gerade Flut und die großen Wogen der stürmischen See brandeten heftig gegen die Uferbefestigung, als er schnell den Weg entlang ging. Er hatte seinen Mantel bis zum Kinn zugeknöpft. Schließlich stand er vor dem Haus Nummer 94. Eine hohe Villa mit schmaler Frontseite erhob sich vor ihm. Die kleine Säulenhalle und der Eingang waren hinter einer großen Bretterschutzwand verborgen. Nur eine Tür war sichtbar. Er klopfte, aber es meldete sich niemand. Er klopfte noch einmal lauter. Als er es zum dritten Mal ohne Erfolg versucht hatte, ging er um das Gebäude herum, um vielleicht auf der Rückseite Einlass zu finden. Gleich nach seinem Klopfen erschien eine behäbige, ältere Frau mit einem leichten Anflug eines Schnurrbartes. Sie schaute ihn etwas unsicher an. »Wie ist Ihr Name? Monsieur empfängt nicht«, sagte sie französisch. »Ich werde erwartet. Ich habe mich telegrafisch angemeldet.« Die Frau wurde plötzlich freundlicher. »Auui, ich weiß. Wollen Sie bitte mitkommen?« Sie führte ihn eine Flucht von Treppenstufen hinauf, die nicht einmal mit einem Teppich belegt waren, und klopfte an eine Tür. Er hörte drinnen eine Stimme, und sie ging vor dem Besucher hinein. Spike sah sich in einem im Verhältnis zu seiner Länge und Höhe schmalen Raum, dessen eine Wand mit Teppichen behängt, während die andere ganz mit Bücherregalen verstellt war. Zwei silberne elektrische Armlampen verbreiteten ein helles Licht, denn die einzige natürliche Lichtquelle war ein buntes Glasfenster hinten an der Schmalwand am anderen Ende des Raumes. John Wood saß an einem großen, mit Goldbronze beschlagenen Schreibtisch, als Spike eintrat. Er erhob sich und legte die Feder nieder. »Sie sind trotz des bösen Wetters gekommen? Sie sind ein tapferer Mann. Nehmen Sie bitte Platz, Mr. Holland. Und bevor Sie mich fragen, will ich Ihnen schon sagen, dass ich die Artikelserie gerne schreibe, die Sie in Ihrem Telegram erwähnten. Es ist mir sehr lieb, dass ich dadurch wieder mehr in der Öffentlichkeit bekannt werde, um meine Pläne durchzusetzen. Und ich mache ganz rücksichtslos für mich Reklame.« Sie besprachen noch ein paar Einzelheiten über Länge und Inhalt der Artikel, während die dicke Frau mit dem Schnurrbart Wein, Kaffee und Biskuits servierte. »Wie ruhig und friedvoll haben Sie es doch hier«, sagte Spike neiderfüllt. »Ich dachte, es wäre eine Marotte von Ihnen, im Winter in Wendoyen zu leben. Aber wie geeignet ist dieser Platz doch zum Schreiben«, John Wood lächelte. »Ich möchte Sie nicht mit nach oben nehmen, um Ihnen die Ruhestöre zu zeigen. Sie schlafen gerade. Haben Sie denn Kinder hier?«, fragte Spike erstaunt. Wood nickte. »Dreißig. Drei große Säle voll«, er zeigte auf die Treppe, die zu dem oberen Teil des Gebäudes führte. »Ich habe nur die gesunden Kinder hier. Das Sanatorium liegt auf der anderen Seite der Stadt.« Sie sprachen noch eine ganze Stunde lang über kleine Kinder. Mr. Wood schien überhaupt über nichts anderes reden zu wollen. »Ich glaube, Sie wissen viel mehr über Abel Bellamy, als Sie mir sagen. Sie scheinen ihn nicht sehr zu lieben.« Mr. Wood spielte mit einer goldenen Panfigur, einer kleinen, wunderschönen Statuette, die auf seinem Schreibtisch stand. »Ich weiß genug von ihm, um ihn an den Galgen zu bringen,« sagte er, ohne den Blick zu erheben. Spike hörte verwundert zu. »Sie wissen genug, um ihn an den Galgen zu bringen?«, wiederholte er. »Das ist doch wohl etwas viel gesagt.« Wood sah ihm jetzt ins Gesicht. »Mag sein, dass es gewagt ist. Aber ich spreche ja im Vertrauen mit Ihnen.« Spike war gewöhnlich nicht sehr entzückt, wenn jemand ihm Mitteilungen unter dem Siegel strengster Verschwiegenheit zukommen ließ. Aber jetzt war er begierig, auch Nachrichten zu sammeln, die er nicht veröffentlichen durfte. »Ich habe absolut keine Beweise. Aber trotzdem weiß ich genug, dass man das Urteil über ihn sprechen könnte. Ich will nicht sagen, dass man ihn nur auf meine Aussage hin allein hängen kann. Das Gesetz ist sehr vorsichtig in England, wenn die Todesstrafe in Betracht kommt. Sicher handelt es sich um ein Kind,« meinte Spike. »Obwohl ich nicht behaupten will, dass sie kein Herz für Erwachsene haben und sich nicht über die Ermordung irgendeines fetten Mannes aufregen würden, schließe ich doch aus ihren Worten, dass ein Kind im Spiel war.« »Ja, er hat ein Kind umgebracht. Ein Kind, an das ich mich dunkel erinnere. Ob er oder einer seiner Helfershelfer, der für verantwortlich ist, weiß ich nicht. Er hasst Kinder.« Ich bin neugierig, ob sie mein Telegram ernst nehmen, indem ich sie fragte, ob Bellamy sich für kleine Kinder interessiert. Das war ein grimmiger, vielleicht ein törichter Scherz. Ich stand es ihnen aus dem Impuls des Augenblickes heraus. »Abe Bellamy würde lieber seinen letzten Dollar in die See werfen, als einem Kind auch nur mit ein paar Cent zu helfen.« »Können Sie mir nicht erzählen, was er getan hat?« »War es in Amerika?« »Ja, in Amerika vor vielen Jahren.« »Aber ich fürchte, dass ich schon zu viel gesagt habe. Früher oder später werde ich auch die Beweise dafür in der Hand haben. Zwei Leute arbeiten schon seit zwei Jahren in meinem Dienst aufgrund der Angaben, die ich machen konnte. Einer lebt in London, der andere in Amerika. Er hatte einen bösen Streit mit dem Vormundschaftsgericht in Amerika? Ich weiß um die Geschichte, aber das hat nichts mit dem Fall zu tun, den ich meine. Es war auch noch eine andere Geschichte in den Staaten. In New York hätte er auch beinahe einmal einen Bürojungen umgebracht. Er warf ihn eine hohe Steintreppe hinunter. Ich kenne die öffentlichen Akten, Mr. Bellamy, sehr genau. Aber ich bin hinter seinen geheimen Privatakten her, die ich gerne ausfindig machen möchte. Der Mann ist ein brutaler Mensch. Aber er hat sich nicht allein gegen Kinder vergangen. Einmal musste er sogar 5000 Dollar bezahlen, nur um eine Klage beizulegen, die sein Kammerdiener gegen ihn erhob. Seit der Zeit hält er sich keinen mehr. Unser Herrgott hat merkwürdige Geschöpfe geschaffen,« meinte Spike, »und der Teufel noch Schlimmere,« erwiderte John Wood. Sein schönes Gesicht verdüsterte sich. »Er machte manche Menschen zu Tieren.« Spike stellte jetzt endlich die Frage, die er sich schon auf der ganzen Heerreise überlegt hatte. »Glauben Sie, dass der grüne Bogenschütze eins seiner Opfer ist?« John Woods Stirn glättete sich. »Viele Leute glauben,« sagte er etwas spöttisch, »dass der grüne Bogenschütze die Erfindung eines gewissen Zeitungskorrespondenten ist. Es wäre unhöflich, seinen Namen Ihnen gegenüber zu nennen. Ich wäre glücklich, wenn ich der Verfasser eine Geschichte wäre, die ganz England zum Besten hielt,« gestand Spike, »aber unglücklicherweise trägt der grüne Bogenschütze selbst die Verantwortung dafür.« Nun erzählte er die Begebenheit von dem letzten Erscheinen des Bogenschützen, und John Wood fragte ihn genau nach allen Einzelheiten aus. »Wer sah denn das Gespenst? Mit Ausnahme von Abel Bellamy? Niemand. Vielleicht hat er sich die ganze Sache selbst ausgedacht.« »Es scheint mir nicht sehr wahrscheinlich.« John Wood schüttelte den Kopf. »So raffiniert ist Bellamy nicht. Er ist ganz vertiert. Diese Vermutung können Sie ruhig fallen lassen. Der grüne Bogenschütze wird schon wirklich existieren, wenn Bellamy ihn gesehen hat.« Sein Gesicht verfinsterte sich wieder, und er lehnte sich in tiefen Gedanken in seinen Stuhl zurück. Plötzlich erhob er sich, ging zu einem Geldschrank am Ende des Raumes und öffnete ihn. Einige Zeit blieb er dort stehen, und als er wieder zum Schreibtisch zurückkam, hielt er etwas in der Hand. Spike hatte sich erhoben, um sich zu verabschieden. Er hatte nur wenige Stunden zur Verfügung, und die Besprechung der Artikel hatte viel Zeit gekostet. »Sehen Sie sich einmal dies an, Holland.« Er zeigte ihm einen beschmutzten und verfärbten Kinderschuh aus weichem weißen Ziegenleder. »Eines Tages werde ich Abel Bellamy diesen Schuh vor einem amerikanischen Gericht zeigen, wenn man ihn nicht schon vorher überführt. Und das wird ein schrecklicher Tag werden.« In diesem Augenblick kam die alte Frau wieder in den Raum. Ein breites Lachen lag auf ihrem einfachen Gesicht, und sie trug ein kleines weißes Bündel in ihren Armen. »Monsieur, der kleine Allemand will nicht schlafen, bevor er sie gesehen hat.« Sie hielt ein rosiges kleines Kind mit großen leuchtenden Augen in ihren Armen, das seinen Kopf John Wood zuwandte und den kleinen nassen Mund zu einem vergnügten Gurgeln öffnete. Der Wechsel, der mit Wood vorging, war erstaunlich. Seine düstere Stimmung schien wie weggeblasen, und der Frohsinn und die Freude, die ihm sonst eigen waren, zeigten sich wieder in seinen Gesichtszügen, als er die Arme ausstreckte, um das Kind zu nehmen. »Hier ist ein Kleinod meines Schatzes, Holland, das kostbarer ist als die Millionen Bellamy's.« Er hatte seine Wange an das Gesicht des kleinen Kindes gelegt. Spike sah Tränen in seinen Augen und war überrascht. Als Spike unten am Hause vorbeiging und wieder gegen den Wind ankämpfte, wandte er sich noch einmal um. Durch das Fenster sah er, dass John Wood das kleine Kind auf die Ecke des Schreibtisches gesetzt hatte. Mit der einen Hand hielt er es fest, und mit der anderen zeigte er ihm die goldene Panfigur. Am nächsten Morgen wurde Julius von seinem Herrn etwas sonderbar begrüßt. Mr. Bellamy war in den Stunden nie in guter Stimmung und ließ seine schlechte Laune aus, indem er über alles schimpfte. »Lassen Sie sich bloß nicht vor meinen Hunden sehen,« sagte Abel zu Savini. »Sie wären nur ein schmaler Bissen für Sie.« Julius' Interesse war erwacht, obgleich er sich nicht recht wohl dabei fühlte. In dem Schloss gab es keine Hunde, denn Bellamy liebte keine Tiere um sich. Aber sein Herr erklärte ihm die Suche bald. »Ich habe zwei Polizeihunde gekauft, die von heute Nacht an die Halle unten und den Korridor bewachen werden. Wenn Sie meinem Rat folgen, bleiben Sie morgen früh in Ihrem Zimmer, bis ich aufgestanden bin.« Später bekam Julius die Hunde auch zu Gesicht. Es waren unfreundliche, große, wolfsartige Tiere, die mit Ausnahme Bellamy's niemand an sich herankommen ließen. Abel fürchtete sich nicht im Geringsten, und die Hunde schienen ihn auch sofort als ihren Herrn anzuerkennen. »Sreicheln Sie die Tiere einmal,« sagte Abel. »Seien Sie doch nicht so ängstlich.« Servini streckte nervös seine Hand nach dem Hund aus, der ihn am nächsten stand. Aber er sprang sofort furchtsam beiseite, als der Hund Miene machte, nach seiner Hand zu schnappen. »Sie sind feige. Und er weiß, dass Sie sich fürchten. Komm her, du!« Bellamy schnippte mit den Fingern. Der Hund kam zu ihm, wedelte mit dem Schweif, setzte sich und hob den klugen Kopf zu seinem Herrn. »Der Mann, der sie mir verkaufte, erklärte, dass es mindestens einen Monat dauern würde, bevor sie mir gehorchen. Aber er hat Unrecht.« »Sagen Sie einmal, das Haus dort ist ja vermietet,« fuhr er fort, indem er plötzlich auf ein anderes Thema übersprang. »Wie heißt es doch? Meinen Sie Ladies' Männer?« fragte Julius überrascht. Bellamy nickte. »Ich bin leider fünf Minuten zu spät gekommen beim Agenten. Ich erfuhr es, als ich heute Morgen telefonierte. Wissen Sie hier etwas darüber?« »Nein, das ist das Erste, was ich davon höre. Wer ist denn der neue Mieter?« Abel Bellamy schüttelte den Kopf. »Ich weiß es nicht. Kümmer mich auch nicht darum. Warum können die Leute nicht woanders hingehen?« Später am Nachmittag begleitete ihn Julius, als er auf dem breiten, von Bäumen eingefassten Weg einen Rundgang durch das Grundstück machte. »Ich vermute, das ist das Haus,« sagte Bellamy und zeigte mit seinem Stock auf ein niedriges, massives, graues Gebäude, dessen Dach und Kamine über die hohe Mauer ragten, die seinen Park umgaben. »Ich habe das Haus früher schon einmal besichtigt, aber ich wollte es nicht kaufen. Sagen Sie, ist es eine Tür dort in der Mauer?« »Es sieht so aus. Früher bestand wahrscheinlich eine Verbindung zwischen der Burg und Ladies' Manor. Es war ein Witwensitz.« Es zeigte sich, dass es eine ganz altertümliche Tür war. Ihre dicken Eichenbohlen waren mit starken Eisenplatten beschlagen, aber sie schien seit vielen Jahren nicht mehr benutzt worden zu sein. Der Eisenbeschlag war verrostet und die Tür war fast ganz mit Efeu überwachsen. Man hätte mindestens einen Tag arbeiten müssen, um den Eingang wieder freizulegen. Aber das beruhigte Bellamy nicht. »Holen Sie einen Maurer vom Dorf und lassen Sie die Tür zumauern,« sagte er. »Ich wünsche nicht, dass fremde Leute auf meinem Grundstück umherspionieren. Denken Sie daran, Savini.« Julius machte sich eine Notiz und noch am selben Nachmittag kamen zwei Leute aus dem Dorf, rissen die Efeu-Ranken von der Tür, schnitten die Zweige und Sträucher ab und begannen, die Türöffnung zuzumauern. Als Valerie Howard, die einen Rundgang in dem verwilderten Garten ihres neuen Wohnsitzes machte, das Klopfen der Maurerkellen gegen die Steine hörte, vermutete sie, was auf der anderen Seite des verfallenen Tores vor sich ging. »Ladies Manor hatte sie in vieler Hinsicht überrascht. Eine genaue Besichtigung hatte ergeben, dass das Innere nur wenige Reparaturen brauchte. Alle Räume waren mit schönen alten Holzpanelen überzogen, die Decken waren getäfelt und das Holzwerk brauchte nur neu poliert zu werden. Nur an einem der schön eingelegten Parkettbögen war eine größere Ausbesserung nötig. Zu ihrer größten Freude stellte Valerie fest, dass man die neue Wohnung gleich beziehen konnte und sie fasste auch den Entschluss, den Umzug sofort zu bewerkstelligen. Der gutmütige Mr. Howard gab seine Einwilligung und noch bevor die Handwerker das Haus verlassen hatten, fuhren große Möbelwagen in langer Reihe durch die ruhigen Straßen von Berkshire und bogen in die Torfahrt von Ladies Manor ein.« Eines Morgens sah Abel Bellamy von dem Fenster seines Schlafzimmers aus, das über den Bäumen des Parks aus der Richtung von Ladies Manor Rauch aufstieg. Er schimpfte und fluchte. In den letzten Tagen stand er früher auf, weil seine Diener die oberen Räume nicht mehr betraten, bis die Polizeihunde an die Kette gelegt waren. Diese neuen Wächter trieben sich in der ganzen Burg herum und Julius hörte nachts öfter ihre leisen Tritter auf den Fliesen belegten Korridoren und zitterte vor Furcht. Die Anwesenheit der Tiere hatte auch einen gewissen Erfolg, denn seitdem sie die Burg bewachten, war nichts mehr vom grünen Bogenschützen zu sehen. Mr. Bellamy fiel eine Überschrift im Daily Globe auf. »Polizeihunde bewachen den Millionär aus Chicago vor dem gespenstigen Bogenschützen«. Er brummte ärgerlich vor sich hin, aber er hatte sich schließlich damit abgefunden, in der Öffentlichkeit bekannt zu sein. Er hatte eine Abneigung gegen Spike Holland. Aber er unternahm doch nichts, um sich an ihm zu rächen, obwohl er in den vergangenen Tagen Zeitungsleuten schon aus geringeren Anlässen übel mitgespielt hatte. Obendrein hatte Spike Holland noch die Kühnheit, sich an dem Tage nach seiner Rückkehr von Belgien beim Pförtner von Gary Castle zu melden und Einlass zu verlangen. »Sagen Sie ihm«, fuhr Bellamy am Telefon erregt auf, »dass ich die Hunde auf ihn hetzen werde, wenn er der Burg irgendwie zu nahe kommt. Er möchte Ihnen eine Mitteilung über Krieger machen, der neulich ermordet wurde. »Ich brauche keine Mitteilung«, brüllte Bellamy und hängte wütend den Hörer an. Kurz darauf machte er wieder einer seiner ruhelosen Wanderungen durch den Park. Plötzlich stand er wie vom Blitz getroffen still. Zorn und Verwunderung packten ihn, denn der rothaarige Reporter spazierte seelenruhig über den Rasen. Er hatte eine Zigarre im Mund und die Hände in den Hosentaschen. Gelassen nahm er eine Hand aus der Tasche und größte wohlwollend zu dem bestürzten Bellamy hinüber. »Wie sind Sie denn hier hereingekommen? Über die Mauer?« erwiderte Spike strahlend. Bellamy's Gesicht wurde noch eine Schattierung dunkler. »Dann machen Sie sofort, dass Sie wieder über die Mauer hinüberkommen«, sagte er barsch. »Sie haben kein Recht, sich hier aufzuhalten, Sie stolch! Vorwärts marsch!« »Sehen Sie einmal, Mr. Bellamy, es hat gar keinen Zweck, hier einen großen Spektakel zu machen. Ich bin nun einmal hier und Sie können mich doch erst einmal anhören.« »Ich will nichts hören. Machen Sie, dass Sie fortkommen!« Bellamy ging auf den Reporter zu, der nicht den geringsten Zweifel über seine Absichten hatte. »Ich glaube, es ist aber besser, dass Sie mir mal zuhören«, sagte Spike ruhig und wich keinen Zoll zurück. »Die Polizei hat nämlich die Kopie eines Briefes gefunden, den Krieger über einen gewissen Mann namens Z. an sie schrieb. Und man ist nun sehr begierig, das Ja festzustellen, in dem der Brief geschrieben wurde und wer dieser Mr. Z. ist.« Plötzlich änderte sich Bellamy's Benehmen. »Ein Brief, der nicht geschrieben sein soll«, fragte er ungläubig. »Hat denn dieser Esel, hat denn der Abschriften von seinen Briefen gemacht?« Spike nickte. »Man fand über hundert Abschriften von Briefen in seinem Schreibtisch. Ich vermute, dass er das immer so gehalten hat.« Abel Bellamy dachte einen Augenblick nach. Dann sagte er plötzlich »Kommen Sie mit mir ins Haus«. Spike folgte ihm triumphierend und hoch erhobenen Hauptes. »Nun erzählen Sie mir einmal alles, was mit der Sache zusammenhängt. Woher wissen Sie denn überhaupt etwas von dem Brief?« »Ich war gerade dabei, als er gefunden wurde. Die Polizei hätte ihn tatsächlich achtlos beiseite gelegt, wenn ich nicht darauf aufmerksam gemacht hätte.« »So, die hätten das übersehen«, fragte der Alte grimmig. »Ja. Aber ich entdeckte das Schreiben und machte eine Abschrift, bevor der Polizeiinspektor feststellte, dass es ein wichtiges Schriftstück war.« Spike nahm ein Notizbuch aus der Tasche, zog einen Bogen Papier heraus, faltete ihn auseinander und legte ihn auf den Tisch. »Ich will es Ihnen vorlesen«, sagte er dann. »Der Brief trägt kein Datum und diese Tatsache gab der Polizei zu denken.« Mr. Abel Bellamy betrifft Mr. Z. Er befindet sich unter den Gefangenen, die ich zu versorgen habe, und ist ein etwas hitziger Bursche. Ich glaube, dass ich das ausführen kann, was Sie mir bei unserem letzten Zusammensein sagten, aber Sie müssen mich gut bezahlen, denn ich kann dabei meine Stellung verlieren, besonders wenn die Sache schief geht und ein anderer Wärter mich sehen würde. Auch kann das sehr unangenehm für mich werden, und es ist auch möglich, dass ich mich dabei schwer verletze. Deshalb muss ich wissen, was dabei für mich herauskommt. Ich mag Z. nicht leiden. Er ist mir zu schlau und zu geschwätzig, und ich hatte auch schon in letzter Zeit gewisse Unannehmlichkeiten mit ihm. Wenn Sie sich weiter mit der Sache befassen wollen, können Sie mich dann morgen sprechen? Ich gehe auf Urlaub und werde bei meinen Verwandten in Henley wohnen. Wenn es Ihnen passt, können Sie mich dort sprechen. Gezeichnet J. Krieger. Abel Bellamy las den Brief zweimal, faltete ihn dann wieder und gab ihn zurück. Ich kann mich nicht darauf besinnen, ihn bekommen zu haben. Ich weiß nicht, wer dieser Z sein sollte. Ich habe Krieger nur für Dienste Geld gezahlt, die er mir persönlich erwies. Sein Ton war äußerst höflich und milde, obwohl Spike sah, dass er sich nur mit größter Mühe beherrschen konnte. Aber er hat Ihnen doch in Henley das Leben gerettet, fragte Spike hartnäckig. Es ist merkwürdig, dass er vorher schon mit Ihnen ausgemacht hat, Sie dort zu treffen. Hat er vielleicht auch schon gewusst, dass Sie dort in den Fluss fallen würden? Ich verbitte mir Ihre Unverschämtheit, Holland, fuhr Bellamy plötzlich auf. Sie haben jetzt alles von mir gehört, was ich Ihnen sagen kann. Was diesen Brief betrifft, so ist es noch gar nicht ausgemacht, dass er überhaupt an mich geschickt wurde. Möglicherweise ist es eine Fälschung von Ihnen, die Sie zwischen die anderen Papiere gelegt haben. Was hatten Sie denn eigentlich bei der polizeilichen Untersuchung von Kriegers Haus zu tun? Spike legte den Brief in sein Notizbuch zurück. Was ich dort tat, wiederholte er. Ja, ich war eben zufällig dort. Haben Sie mir weiter nichts zu diesem Brief zu sagen, Mr. Bellamy? Nichts weiter. Ich habe ihn niemals bekommen. Ich weiß überhaupt nichts von dem Menschen, der darin erwähnt ist. Ich wusste nicht einmal, dass Krieger ein Gefängniswärter war, bis ich es im Globe las, der jetzt mein Leib- und Magenblatt geworden ist, fügte er sarkastisch hinzu. Spike grinste. So, der Punkt wäre besprochen, sagte er. Haben Sie neue Nachrichten von Ihrem Geist? Sie erfahren doch so etwas immer früher als ich, antwortete Abel. Alles, was ich von diesen verdammten grünen Bogenschützen weiß, habe ich doch im Globe gelesen. Ich muss sagen, sehr gute Zeitung, ausgezeichnete Informationen. Ich würde eher auf mein Frühstück verzichten, als auf die Lektüre des Daily Globe. Sagen Sie einmal, meinte Spike seelenruhig. Sie werden noch nichts dagegen haben, wenn ich mir die Burg einmal ansehe. Da sind Sie aber sehr auf dem Holzweg. Sie können über die Mauer schauen, über die Sie gekommen sind. Und je schneller Sie das machen, desto besser. Um ganz sicher zu sein, dass sein unwillkommener Besuch sich auch wirklich entfernte, begleitete er ihn nach dem Pförtnerhaus. Der Pförtner machte ein dummes Gesicht, als er Spike sah. Diese Mauern sind nicht hoch genug, Savini, sagte der Alte später, als Spike gegangen war. Telefonieren Sie, dass jemand aus Guildford kommen und Stacheldraht oben auf der Mauer befestigen soll. Und dann, Savini? Julius drehte sich an der Tür wieder um. Ich habe es Ihnen noch nicht gesagt, aber ich glaube, es wird Ihnen viel Mühe ersparen, wenn ich Ihnen jetzt mitteile, dass eine meiner Ledermappen, in der ich einige meiner Fotografien aufbewahre, nicht mehr länger in der Schublade meines Schreibtisches liegt, weil ich Sie in meinem Geldschrank eingeschlossen habe. Wenn Sie sie wieder ansehen wollen, kommen Sie doch zu mir und bitten Sie mich, sie für Sie herauszunehmen. Julius erwiderte nichts, und er wäre auch nicht imstande gewesen, eine passende Antwort zu geben, selbst wenn ihm der alte Gelegenheit dazu gegeben hätte. Bevor Abel Bellamy seine Wohnung in Gary Castle genommen hatte, war die Burg in weitestem Maße renoviert worden. Zahlreiche Handwerker hatten unter seiner persönlichen Leitung fast einen ganzen Monat gearbeitet, um die Änderungen nach seinen Plänen auszuführen. Er war sein eigener Architekt und sein eigener Polier. Er hatte eine neue Wasserleitung, eine elektrische Beleuchtungsanlage und eine Gasheizung anlegen lassen. Mit Ausnahme der Bibliothek befand sich fast in jedem Raum ein Gasofen oder ein Gaskamin. Auch hatte er einen großen Gasherd in die Küche einbauen lassen. Der Gasverbrauch war an dem Tag, an dem Spike der Burg seinen unerlaubten Besuch abstattete, die Ursache beträchtlicher Sorge in dem Gemüt des Hausmeisters Wilkes. Die Haushaltsrechnungen gingen direkt an Bellamy, aber durch einen Zufall war die Gasrechnung für das Sommervierteljahr bei Wilkes abgegeben worden und er hatte lange darüber nachgedacht, bevor er deshalb mit seinem Herrn sprach. »Was wollen Sie denn?«, fragte Ebel, der seinen Angestellten von unten her ansah. »Die Gasrechnung ist nicht richtig. Sie haben uns zu viele angerechnet,« sagte Wilkes, der froh war, dass er den Herrn von Gary einmal persönlich sprechen und ihm eine Mitteilung machen konnte, die ihm sicher willkommen war. »Nicht richtig. Was stimmte nicht daran? Sie haben uns eine zu große Rechnung für einen der heißesten Monate im Jahr geschickt, wo der Gasset in der Küche nicht in Ordnung war und wir Kohlen in der Küche brennen mussten.« Bellamy riss dem Mann die Rechnung aus der Hand, ohne darauf zu sehen. »Kümmern Sie sich nicht darum.« »Aber es ist doch ganz unmöglich, dass wir auch nur tausend Kubikfuß Gas gebraucht haben und Sie haben uns...« »Das geht Sie nichts an!«, donnerte Bellamy. »Und öffnen Sie die Briefe mit den Rechnungen nicht. Das ist nicht Ihr Amt!« Das schlug dem Fass den Boden aus. Mr. Wilkes hatte ein gutes Gehalt, aber er hatte auch viel unter der schlechten Behandlung des ungebildeten Bellamy zu leiden. Und seine Geduld war jetzt zu Ende. »Ich lasse nicht so mit mir reden, Mr. Bellamy«, entgegnete er. »Bitte zahlen Sie mir meinen Lohn aus und lassen Sie mich gehen. Ich bin nicht gewöhnt, dass man... Halten Sie keine großen Reden und machen Sie das sofort kommen!« Bellamy zog eine größere Banknote aus der Tasche und warf sie auf den Tisch. »Hier ist Ihr Geld. In einer halben Stunde haben Sie das Haus verlassen.« Spike war gerade dabei, ein bescheidenes Frühstück in dem einzigen Gasthaus des Dorfes einzunehmen, als er diese überwältigende Neuigkeit erfuhr. Die Entlassung des Hausmeisters war im Dorf Gary ein großes Ereignis von weltbewegender Bedeutung. Man wusste, dass die Beziehungen zwischen Abel Bellamy und seinen Angestellten etwas gespannt waren. Und als Mr. Wilkes auf der Dorfstraße erschien, hielt man ihn alle Augenblicke an, um ihm die Teilnahme auszudrücken. Angefangen von dem Ortsarzt bis zu einem der Dienstboten, der aus Furcht vor dem grünen Bogenschützen die Burg verlassen hatte. Spike ließ sein Frühstück im Stich und ging hinaus, um den in seiner Ehre gekränkten Mann zu sprechen. »Es ist ganz unmöglich, es länger mit diesen Menschen auszuhalten,« erklärte Wilkes zitternd vor Wut. »Ganz unmöglich, Sir. Das ist überhaupt kein Mensch, das ist ein Schwein. Und was nun gar die Geisterseherei in letzter Zeit angeht, haben Sie den Geist gesehen? »Nein, Sir. Ich kann Sie doch nicht anlügen. Ich habe überhaupt keine Gespenster in der Burg gesehen und meiner Meinung nach ist der Geist eine Erfindung von Mr. Bellamy, weil er irgendeine böse Sache damit bezweckt. Wenn ich ihn ein Schwein nenne, so spreche ich als ein Mann, der in den besten Familien des Landes gedient hat. Dieser Mensch hat überhaupt keine Lebensart. Er besitzt einen der schönsten Speisesäle im ganzen Land und isst ganz schweinemäßig in seiner Bibliothek. Ein anständiger Herr würde so etwas nie tun. Und dann die Mengen, die er vertilgt. Man kann drei gewöhnliche Leute davon satt machen. Zum Frühstück trinkt er über einen halben Liter Milch und isst ein halbes Dutzend Eier.« Er erzählte alles auf, was Mr. Bellamy in seinem gesegneten Appetit verspeiste. Sein Bericht ließ Mr. Bellamy in einem ganz neuen Licht erscheinen. Bis jetzt hatte Spike noch nicht daran gedacht, dass er aß oder trank oder den Appetit eines anderen Menschen hätte. »Was hatten Sie denn für einen Streit, dass Sie den Dienst verließen?« fragte Spike. Der Hausmeister erzählte ihm alles. »Während der Sommermonate war überhaupt kein Gas verbraucht worden und die Gasgesellschaft schickte eine Rechnung über 25.000 Kubikfuß. Es war doch wirklich in seinem eigenen Interesse, dass ich ihn darauf aufmerksam machte. Statt mir aber wie ein anständiger Mensch dankbar zu sein, fuhr er mich an wie einen tollen Hund. Und diese Behandlung ließ ich mir natürlich nicht gefallen, Mr. Holland.« Spike lauschte den Klagen des Hausmeisters aufmerksam, aber er legte der Frage der zu hohen Gasrechnung keinen großen Wert bei. Geschickt lenkte er die Unterhaltung wieder auf das nächtliche Gespenst, das in der Burg umging. Und er konnte nichts Neues herausbringen. Dass in letzter Zeit die beiden Hunde wacht hielten, wusste er schon und hatte auch einen längeren Bericht darüber in seiner Zeitung erscheinen lassen. Trotzdem machte er aus der Erzählung des Mr. Wilkes einen neuen Artikel, der unter der Überschrift erscheinen sollte. »Mein Leben in der verhexten Burg.« Spike kehrte zur Stadt zurück und fasste den Entschluss, nach Scotland Yard zu gehen. Jim Featherstone war an seinem Büro und Spike wurde sogleich zu ihm geführt, als er sich melden ließ. »Nun, Holland, was bringen Sie Neues?« Erreichte Spike die Zigarrenkiste über den Tisch und dieser wählte mit der größten Sorgfalt. »In Gary Castle hat es Streit gegeben,« sagte er. »Der vornehme Besitzer hat seinen Hausmeister hinausgeworfen, weil dieser sich die Gasrechnung angesehen hat. Wenn das 400 Jahre früher passiert wäre, hätte man dem armen Wilkes ein Hanfseil ums Genick gelegt und er könnte dann auch unter den Gespenstern erscheinen, die in der Geisterrunde auf Bellamy's hinteren Hof miteinander Würfel spielen. »Erzählen Sie das alles noch einmal, aber bitte etwas langsamer,« sagte Jim. »Ich bin heute Morgen nicht ganz auf der Höhe. Zunächst einmal, was war denn mit der Gasrechnung nicht in Ordnung?« Spike teilte ihm alles mit und zu seinem größten Erstaunen fragte Jim immer nach neuen Einzelheiten. Er stellte so viel Kreuz- und Querfragen, dass Spike schließlich der Schädel brummte. »Ach, was haben Sie denn bloß mit dem Gas?«, fragte er schließlich. »Sie vermuten wohl, dass Abel eine heimliche Whisky-Brennerei betreibt? Die Gasrechnung ist das Wichtigste, das wir überhaupt von Gary Castle erfahren haben,« sagte Jim ruhig. »Ich bin Ihnen für diese Mitteilung sehr dankbar, Holland. Nebenbei bemerkt gehe ich für ein bis zwei Wochen auf eine längere Reise und werde Sie deshalb in nächster Zeit nicht sehen. Aber wenn Sie irgendwelche neuen Nachrichten erhalten, wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie sie meinem Assistenten hier mitteilen würden. Ich werde sie ihm vorstellen.« Eine halbe Stunde später kam Spike zu seinem Redakteur. »Mr. Syme, ich bin jetzt vollkommen davon überzeugt, dass die Aufklärung des Mordes an Krieger in Gary Castle gefunden werden wird. Der Alte hat seinen Hausmeister hinausgeworfen und es wäre das Beste, wenn wir einen von unseren Leuten auf den Posten schieben könnten. Ich würde am liebsten selbst als Hausmeister dorthin gehen, aber ich habe noch niemals an einer solchen Stelle gedient. Und Bellamy würde mich an meinen roten Haaren sofort wiedererkennen. Könnten wir nicht Mason oder irgendeinen anderen hinschicken? Wir könnten es doch so arrangieren, dass er von einer Dienstbotenagentur aus angeboten wird. »Das ist eine gute Idee,« sagte der Redakteur. Aber dieser Gedanke war auch noch zwei anderen Leuten gekommen, und zwar ebenso plötzlich. Vorsetzlicher Mord. Die Anklage richtet sich gegen eine oder mehrere unbekannte Personen. Bellamy las den Bericht über die Leichenschau Kriegers, ohne sich im Mindesten darüber aufzuregen. Für ihn bedeutete dieses Ereignis weiter nichts, als dass er die Summe von jährlich 480 Pfund, die er schon so lange gezahlt hatte, in Zukunft sparen würde. Es war ihm unangenehm und peinlich gewesen, alle die unzähligen Fragen zu beantworten, die die Polizei über seine Beziehungen zu dem Toten an ihn gerichtet hatte, aber das hatte er ja nun glücklich alles hinter sich. Merkwürdig war nur, dass die sonderbaren Umstände von Kriegers Tod ihn nicht im Mindesten nachdenklich stimmten. Auch brachte er den Vorfall in keine Beziehung zum grünen Bogenschützen. Er hatte von vornherein ein großes Misstrauen und Vorurteil gegen Zeitungen, und als er damals gelesen hatte, dass man das Auftreten des grünen Bogenschützen mit dem Mord an Krieger in Zusammenhang brachte, hielt er das Ganze nur für eine verrückte Erfindung dieser Zeitungsleute. Seiner Meinung nach war der Mann von irgendeinem alten Verbrecher ermordet worden, der ihn hasste. Und wenn er tatsächlich durch einen Pfeil getötet worden war, dann hatte der Mörder seinen Plan eben aus diesen verrückten Zeitungsartikeln geschöpft. In der letzten Zeit war ihm etwas aufgefallen, was aber nichts mit dem Mord zu tun hatte. Es war die düstere Stimmung seines Privatsekretärs. Irrtümlicherweise nahm er als Grund dafür die Enthüllungen, die er ihm gemacht hatte, dass er seine Vergangenheit kannte. Diese Überzeugung befriedigte ihn so, dass er beschloss, ihn länger in seinen Diensten zu halten. Die Anwesenheit der neuen Mieter von Ladies Manor war ihm in mancher Beziehung unangenehm. Sie schienen in gewisser Weise in seine unumschränkte Gewalt einzudringen, aber er sprach sich nicht bestimmt darüber aus. Er wusste nicht, wer sie waren, und er kümmerte sich auch nicht darum. Außer mit Julius besprach er niemals äußere Dinge. Seine anderen Dienstboten richteten niemals das Wort an ihn, es sei denn, dass er sie anredete. Und das tat er niemals. Das Einzige, was sie von ihm hörten, waren Vorwürfe. Einige Tage nach der Entlassung Wilkes hatte er Grund, den neuen Hausmeister anzufahren. Junge Mann, ich möchte Ihnen das ein für alle Mal sagen. Ich wünsche nicht, dass Sie irgendeinen Raum betreten, in dem ich bin, wenn ich nicht nach Ihnen schicke oder Sie rufe. Sie haben gestern Abend an die Tür meiner Bibliothek geklopft, obwohl Mr. Savini Ihnen sagte, dass ich nicht gestört sein wollte. Ich bitte um Entschuldigung, Sir, sagte der Hausmeister höflich. Die Gewohnheiten in diesem Schloss sind mir noch fremd. Aber ich werde es in Zukunft unterlassen. Sie sollen sich nicht über mich beklagen. Die Ankunft des neuen Hausmeisters schien die Depression, die auf Julius Savini lastete, noch zu verschlimmern. Auf jeden Fall war eine bemerkenswerte Änderung in dem Betragen des Sekretärs wahrzunehmen, seitdem der neue Mann seinen Dienst angetreten hatte. Er sprach nicht mehr so viel und war weniger mitteilsam. Als Ebel durch den Park ging, fand er ihn dort eines Nachmittags in einer ziemlich verzweifelten Stimmung. »Was ist denn mit Ihnen los?«, fuhr er ihn an. »Wenn jemand hier Grund hat, ärgerlich zu sein, so bin ich es. Nehmen Sie sich doch zusammen und laufen Sie nicht mit einem solchen Gesicht herum. Was ist denn eigentlich mit Ihnen los? Hat die Polizei Ihre Schandtaten entdeckt und ist hinter Ihnen her? Ich fühle mich nicht wohl.« »So sehe ich an anderer Stelle.«, brummte der Alte. »Ich habe hier kein Sanatorium.« Diese Ermahnung hatte den Erfolg, dass Savini sich plötzlich sehr beweglich und liebenswürdig zeigte. Aber Bellamy schimpfte nun erst recht über ihn. Seit dem letzten Erscheinen des grünen Bogenschützen waren mehr als zwei Wochen vergangen und Bellamy erklärte sich diese Tatsache durch die Anwesenheit der Hunde. »Es muss doch irgendetwas an einem Polizeihund sein, das ein Geist nicht vertragen kann,«, sagte er. »Oder umgekehrt hat ein Geist irgendetwas an sich, das einen Polizeihund ärgert.« In der folgenden Nacht wachte er plötzlich von dem Knurren eines Hundes auf. Sofort sprang er aus dem Bett und eilte auf den Gang hinaus. Alle Lampen brannten, wie er es angeordnet hatte, und einer der Hunde stand in Anschlag mitten im Korridor und witterte nach der Treppe zu, die zu der Halle nach unten führte. Bellamy pfiff. Der Hund drehte sich um und kam langsam auf ihn zu, hielt aber manchmal an und sah sich nach der Treppe um. Gleich darauf kam auch der andere die Treppe heraufgesprungen. »Ah, was ist denn mit euch los?« Abel ging in sein Zimmer zurück, zog seinen Morgenrock an und steckte den Revolver in die Tasche. Darauf stieg er, von beiden Hunden gefolgt, die Treppe hinunter zu der Halle. Er konnte nichts Verdächtiges entdecken. Er schloss die Bibliothek auf, ging hinein, drehte das Licht an und durchsuchte den Raum, ohne irgendetwas zu finden. Die große, schwere Haustür war auch verschlossen und wohl verriegelt. Beruhigt ging er nach oben und legte sich nieder. Aber kaum war er wieder in einen leichten Schlaf gefallen, als er von neuem das Bellen der Hunde hörte. Diesmal schlugen beide Tiere an. Er fand sie, wo er sie das erste Mal gesehen hatte. Sie standen der Haupttreppe zugekehrt und knurrten. Auf seinen Pfiff hin sah sich nur einer von ihnen um, rührte sich aber nicht von der Stelle. Erst als er sie scharf anrief, kamen sie zu ihm. Was habt ihr denn schon wieder? Ein Bellen, war die Antwort. Plötzlich sprangen sie beide davon, als ob sie etwas gehört hätten und fegten wie der Wind den Gang entlang. Ebel eilte hinterher. Als er die Treppe hinunter kam, sah er, wie sie unten in der Halle den Flur beschnüffelten. Er drehte alle Lichter an und untersuchte den Raum eingehend, konnte aber wieder nichts finden. Er scheint ja heute Nacht etwas verrückt zu sein, brummte er. Es fiel ihm auf, dass die Tiere unruhig waren. Aber es war ja möglich, dass auch sie ihre besonderen Eigentümlichkeiten hatten, dachte er und legte sich wieder zu Bett. Als er am Einschlafen war, hörte er sie wieder bellen. Aber er nahm keine weitere Notiz davon und drehte sich nach der anderen Seite um. Bald war er fest eingeschlafen. Es war fünf Uhr, als er aufwachte, und es war noch dunkel. Er stand auf und zog seinen Schlafrock an, bevor er das Licht andrehte. Aber dann wurden seine Augen groß. Die beiden Türen standen weit offen, obwohl er bestimmt wusste, dass er sie fest verschlossen und gesichert hatte, als er das letzte Mal zu Bett ging. Was war denn mit den Hunden los? Er ging in den Korridor, um nach ihnen zu sehen, und glaubte zuerst, dass sie tot seien, weil sie hintereinander mit ausgestreckten Beinen an der Wand lagen. Er ging hin und schüttelte den einen. Der Hund öffnete langsam die Augen, sah ihn einige Sekunden schläfrig an und schloss sie dann wieder. Sie sind betäubt worden, sagte Bellamy. Also war gestern Abend doch jemand hier, der sich die ganze Zeit verborgen hielt. Aber das muss ein Mensch gewesen sein. Der grüne Bogenschütze war also aus Fleisch und Blut. Bellamy hatte auch nichts anderes erwartet. Mit der Zeit kamen die Hunde wieder zu sich und benahmen sich so, als ob nichts geschehen wäre. Er brachte sie selbst zu dem Hundekäfig hinunter. Warum war der grüne Bogenschütze gekommen? Was beabsichtigte er? Sicherlich wollte er nicht nur zeigen, dass er sich zu jeder beliebigen Zeit Zutritt zu dem verschlossenen Raum verschaffen konnte. Es war doch immerhin mit einer gewissen Gefahr verbunden, die Hunde zu betäuben. Was mochte er gesucht haben? In seinem Schlafzimmer bewahrte er wenig wertvolle Gegenstände auf, und diese waren vollständig unberührt geblieben. Also wollte er sicherlich nichts stehlen. Und doch war es Bellamy klar, dass der Grüne sich keinen Spaß erlaubte, sondern eine sehr ernste Absicht mit seinem Besuch verfolgte. Plötzlich kam ihm die Erklärung. Der grüne Bogenschütze suchte den Schlüssel. Den Schlüssel, den er tagsüber bei sich trug und nachts unter sein Kissen legte. Er trug ihn in seiner Tasche an einer langen Stahlkette, und wenn er morgens zum Bad ging, hing er sich den Schlüssel mit der Kette um den Hals. Er sah etwas sonderbar aus, war lang, schmal und dünn. Der Schlüssel, das war die Erklärung. Und wenn diese richtig war, dann kannte der grüne Bogenschütze auch das Geheimnis von Gary Castle. Er eilte zur Bibliothek und warf die Tür krachend hinter sich zu. Savini hörte es im Halbschlaf und träumte, dass sich der alte Bellamy erschossen hätte. Er lächelte beseligt. 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 Vielen Dank.